Da bin ich ja gespannt was der dann zu erzählen hat. Sophie hat auch was Neues zu erzählen. Ähm. Genau. Ich wollte gerade sagen, da oben war vorhin die Katze. Mal schauen ob ich die... Ich habe das Gefühl, dass ich mich mit ihr tatsächlich befreunden könnte. Ich probiere es weiterhin, aber mal schauen. Okay, hier ist... Habt ihr schon mal die Faerie-Tale über einen mischievollen Puppet gehört? Alle von Crot kennt die Geschichte. Alles wegen der jemanden, der diese Geschichte liebte mehr als jemand anderes. Aber das ist wunderschön. Ich... Ich erinnere mich nicht... Wer genau dieser jemand war? Ich habe die Geschichte schon mal gehört. Also das habe ich beide schon mal gefragt. Die hat nichts Neues zu erzählen. Das ist aber wirklich noch interessanter mit dem ganzen Zeug. Was man da so kombinieren kann. Sie hat was Neues. Sophias Kräfte. Ich bin able to wield Ergo. They call me a listener. Because I can hear Ergo. Ich habe die Macht von meiner Mutter gehört. Ich habe die Macht von meiner Mutter gehört. Ich habe sie genannt. Ich habe sie der König. Also habe ich ein Geheimnis gehalten, dass ich mit Puppet sprechen konnte. Jetzt bist du der einzige Mann, der meine Sprache erreicht. Also habe ich dich. Bitte. Schau dich, Crot. Wenn ich alleine die Stadt retten kann, muss, soll, darf, je nachdem. So, jetzt gehe ich mit Gebetto reden. Mit meinem Vater. Hier haben sie wieder Kätzchen. Ich weiß nicht, dass ich jeden Puppet in Crot war. Es ist nicht die Überblick, dass einige Puppets ausgesucht wurden. Ich habe keine Ahnung, wie viele. Ich erinnere mich ein paar Ergo-Puppets, die sich in der eigenen Volkung vorzunehmen, vor dem Frenzieren. Das war unsere Intention. Sie waren nie immer designed, um so zu agieren. Aber wenn ein Puppet beginnt zu agieren, das bedeutet, dass ein Puppet freiwillig ist? Oder jemand anderes kontrolliert das Puppet? Die Stadt von Kradt. Ich habe mal zum Kollegen nichts zu sagen, Neues. Habe ich denn jetzt nochmal ein Ding bekommen? Kwarz oder wie sagt man das? Träger-Amulett erhöht maximales Gewicht, reduziert Waffen-Haltbarkeitsverlust. Finde ich jetzt beides nicht wirklich. Mal schauen, wie sie jetzt reagiert. Vielleicht reagiert sie jetzt ein bisschen anders. Mal schauen. Letztes Mal hat sie mich auch angefaucht. Ja, sie traut mir noch nicht. Ich lasse sie in Ruhe. Aber vielleicht kann ich sie mal irgendwie... ...dazu bringen, dass sie mich mag. Vielleicht kann ich irgendwas bringen. Ein Spielzeug oder keine Ahnung. Also, sie aber nichts zu erzählen. Dann gehe ich mal mit ihm reden, he? Er hat da ziemlich eingerichtet, mittlerweile. Ich gehe mal mit ihm reden. Der Armee hat sich ausgerüstet. Mein Freund, du hast... ...wähl... 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 ...kirken, ...wähl... ...und... ...wähl... ...und... ...wählst... ...de ich mich nicht behebel. Das sind viele Namen, die ich in meine drei Dekäten hier auf der Erde habe. Während ich ehrlich glaube, dass die Vennigni eine eigene Reaktion ist, ich habe nicht Reaktioniert euch in der mehr Traditionelle. Bitte. Geh das. Mein Neues Prototyp. Es wird sicher mit dir. Es ist eine Grinder-Stone, die für den Grinder gewöhnt. Ich hoffe, dass du es in guter Wunsch. Das klingt auf jeden Fall interessant. Spezieller Schleifstein. Du kannst bei Vennigni oder einem Stargazer einen speziellen Schleifstein auf einem Schleifer ausrüsten. Es gibt verschiedene Arten von speziellen Schleifsteinen, die deinen Waffen unterschiedliche Effekte verleihen. Du kannst den Effekt eines speziellen Schleifsteins nur einmal im Kampf verwenden. Er lädt sich allerdings wieder auf, wenn du einen Stargazer besuchst oder dich dort wiederbelebst. Aha. Das muss ich gerade direkt ausrüsten. Wo ist das jetzt? Ein spezieller Schleifstein. Und wer ist denn das? Nein. Bin ich denn blöd? Ich finde es gerade nicht. Also das ist ja der normale da. Notfallreparaturwerke, bla 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 bla. Spezialwiderstand. Ich finde es gerade nicht. Hier ist es Funktion aktivieren. Ein Modifikationswerk, das es erlaubt, spezielle Schleifsteine an einem Schleifer zu montieren. Spezialschleifsteine können bei einem Stargazer... Aha. Okay. Das heisst, ich muss da wirklich an einem Punkt gehen. Stalker wollten in der Lage sein, dynamisch auf das sich ständig veränderte Schleiffeld zu reagieren. Zu diesem Zweck wurden spezielle Schleifsteine hergestellt. Aha. Ich muss das also an einem Stargazer-Ding machen. Und meine Augen werden mir nicht beschädigt. Ich habe noch nie gedacht, dass ich es wieder sehen kann. Und in der Flashe, so zu sprechen. Ich habe nur die Schleifte, geöffnet es und... Ich habe noch nie zurückgezogen. Ein Geheimnis und das Begrüßt, kann man sich ziemlich beschäftigt. Ich habe Angst. Du bist wirklich interessiert in die Schleifte, ich sehe. Dann, mein Freund, du hast es. Es braucht nur ein paar Mechanische Veränderungen, für Ihre, ähm, bestimmte Bedürfnisse. Und, ehrlich gesagt, dieses Design ist fast als Kind's Play für mich jetzt. Also, wir beginnen können es ein bisschen stärker machen. Shall wir? Ich werde auch noch etwas, was wir brilliante Inventors nennen, Modulärität. Das bedeutet, dass es viel einfacher werden, zu verbessern und zu reparieren, denn du kannst, wenn du die Schleifte benutzt hast. Du kannst sagen, dass dieses Arme neue Abilität sind... ...Legion. Hehehehe. No. Too much? It was too much. I always welcome friends. May I be of service? Ich drücke jetzt mal Schleifstein wechseln. Lehrerslot, blablabla. Flammenschleifstein, okay. Erfüllt vor übergehend Waffe mit Feuer. Ein spezieller Schleifstein, der an einem Schleifer montiert werden kann. Er kann ausgelöst werden, wenn der Schleifer beim Blocken benutzt wird. Da er zerbrechlich ist, kann er nicht oft benutzt werden. Spezielle Schleifsteine wurden hergestellt, um im Kampf schnell reagieren zu können. Diese aus künstlichen Edelsteinen hergestellten Schleifsteine schärfen Waffen und verleihen ihnen vor übergehend besondere Fähigkeiten. Ich rüste den jetzt mal aus. Und dann reden. Pulcinella. Pulcinella hat sich gegründet, dank dir. In einer kleinen Art. Es war ich, aber du kennst, der Genie nie bleibt. Außer für die Reste. Pulcinella ist nicht nur mein Bautler. Er ist meine Familie. Der einzige, den ich habe, wirklich. Ich werde nicht vergessen, was du für uns getan hast. Wenn du noch etwas brauchst, oder dich in einem Problem finden kannst, kenne dich auf deinen Freund Venigni. Irgendein E-Mode habe ich jetzt noch freigeschaltet. Prallen. Reden. Ähm, der Puppenmann. Nein, niemand, nicht nur ich, weiß, was angefangen hat die Puppet-Frensie. Warum? Den Tag, der ganzen Tag? Es war schrecklich. Eine schreckliche Rampage von Mörder und Mägen, die in meine Erinnerung hat, in meinem Erinnerung. Und das war niemals wieder zu passieren. Ich habe es sichergestellt. Ich habe es zu tun mit einem großen Teil, um es zu verhindern, dass sie sich loyal sind. Die Puppet-Armien werden nicht von Schmerzen verbreitet. Es gab es da, was es sich. Ich habe das Geheimnis. Ich will nicht nach dem Schluss, aber... Der einzige, der ich weiß, mit diesem Genre ist, ist der Puppet-Frensie. Ich... Wir brauchen das, wie es passiert. Ah, warte mal. Ah, okay, das ist alles, was ich Ihnen fragen kann. Was ist denn das da jetzt? Legionswaffe wächst, dann Legionswaffe herstellen. Also, da könnte ich jetzt so einen Flammenwerfer herstellen. Doisex Maschina. Was ist denn das? Eine Legionswaffe, die eine bewegungsempfindliche Landmine installieren kann. Wenn die Landmine im Boden vergraben ist, explodiert sie, sobald sie einen Feind entdeckt. Dazu würde ich aber irgendein Material brauchen, das ich noch nicht habe. Legionsstecker. Pandemonium, eine Legionswaffe, die eine klebrige, säurehaltige Substanz abfeuert. Sie verrät Feinde, die in die grosse Säurelache treten, die sie erzeugt. Dann Aegis, eine Legionswaffe, die gegnerische Angriffe mit einem linken Arm ablocken kann. Wenn sie von einem Schlag getroffen wird, explodiert das eingebettete Gerät und fügt dem Feind Schaden zu. So fast wie ein Schild oder so. Dann Falken-Augen. Eine Legionswaffe, die panzerbrechende Granaten aus der Ferne abfeuert. Die abgeschossenen Granaten explodieren kurz nach dem Aufbrach. Okay. Das Einzige, was sie bauen kann, ist ein leistungsstarker Flammenverstärker. Tauschen, erforderliche Gegenstände. Blamberge. Legionswaffe modifizieren. Legionkaliber. Das heisst, ich könnte das sammeln, Elektroblitze und entlädt einen Elektroschock. Ermöglicht das Bewegen beim Aufladen von Elektroblitzen. R.B. Puppenschnur. Das könnte ich auch machen. Drücke und halte die Legionswaffe-Taste, um einen Feind zu verfolgen. Okay. Ähm, das da ist nichts. Und dann hätte ich jetzt eben noch den Flammenwerfer. Feuerwelle erhöht die Reichweite der Feuerangriffe. Das heisst, den einen von denen könnte ich jetzt... Ich glaube, ich mache mal das mit dem Feuer. Wieso nicht? Ich probiere einfach mal. Legionswaffe wechseln. Äh, ändern. Jetzt nehme ich mal den Flammenwerfer, okay. Schliessen, okay. Okay, da hinten hinein kann ich nicht. Eine neue Ära, wie wenig. Hahaha. Felicitas, salutations, my friends. My name is Signor Lorenzini Venini. No doubt my reputation precedes me. I come to you with only the most peaceful intentions and as a true friend of Kras. Behold, we will honor the city of Kras history while forging her brilliant future. When I broke ground on this place, we broke ground, we broke ground, I certainly didn't do it all personally. This was a simply empty space. A blank canvas. A blank canvas. But in the hands of a maestro, it became a work of art. All my life, from boyhood to this very day, I have been derided for my, let's say, single-minded focus on a lifelong obsession with building animated automatic autonomous automata. But today, just look before you, Venini Warps is ready to start building the future. Kras' golden era is waiting to be built. A dream of the future we can only create together. Help me make this future come true. Join us, for this moment in history will happen only once. Join Venini, your friend for life. Okay. Okay. Amazza, that is one slick prototype. You think it's a tram for crickets? Okay, der hat sich jetzt kurz gehen halt. Kann ich noch mit diesem Roboter? Ich weiss nicht, ob der mir auch irgendetwas geht. And welcome to the house of Venini. I am master Venini's Major Domo. Peltinella, at your service, sir. The house of Venini carries only the finest in luxury merchandise. I believe you'll find all items to be both superior quality and distinguished provenance. I am certain you will be able to find something that suits you, sir. At the house of Venini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. the house of Venini's Major Domo. The house of Venini's Major Domo. And it's true... Entschlossenheitskurbel, dann Technikkurbel, Fortschrittkurbel, ausgewogene Kurbel. Keine Ahnung, kann man das nicht vergleichen, Hiebschadensreduzierungsrat, reduziert Schaden durch Schlagangriffe, durch Bohrenangriffe, durch Hiebschadensreduzierungsrat. Erfüllte vorübergehende Waffen mit Elektroblitzen. Ich nehme mal einen. Ich glaube, ich nehme auch mal so einen. Dann Fortschritt, das ist auch wahrscheinlich nicht schlecht. Stellt Einstellung des Waffengriffs wieder her. Ich nehme das mal. Durchbohren, nein, Schlagangriffe, durchbohren, Hiebschadensreduzierungsrat. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welcher Gegner was machen wird. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt einen gekauft. Waffe, verbessern. Sichelmondschein bräuchte ich dazu. Klingen, verbessern. Nicht genügen Materialien. Ich weiss halt nicht, ob ich da wirklich investieren will oder nicht. Griff ändern. Entschlossenheit. Technik. Fortschritt. Fortschritt. Also Fortschritt macht was. Ich sehe nur Fortschritt, next. Und nachher ist das D. Entschlossenheit. D und dann B. Das heisst 6 Schaden mehr. Dann mache ich noch. Dann Fortschritt. Oh, das mache ich nicht. Wenn ich da investiere, ist Technik zwar höher, aber die Entschlossenheit sinkt von B auf C. Das mache ich nicht. Diesen da könnte ich dann auch. Nein, das kann ich nicht mehr verbessern. Griff ändern, Waffen montieren, reden. Okay, jetzt habe ich alles. Jetzt habe ich ehrlich gesagt Lust, ein bisschen zu prügeln wieder. Ich glaube, jetzt habe ich mit allen geredet. Auf jeden Fall habe ich jetzt ziemlich abgeräutert. Das heisst, hier ist jetzt ein Flammending drauf. Ich könnte theoretisch auch ein Elektro drauf machen. Verbessert Spezialwaffenklingen um bis zu drei Spezialwaffenklingen. Was ist denn Spezialwaffenklingen? Okay, jetzt muss ich gerade den Überblick mal zurückbekommen. Also da... Hm. Eine Fütterung von den Werkstattgenehmigtenmassen ist denn das jetzt viel besser. Schlagschadensreduzierung. 3-3. Hieb 7-9. Hm. Ich habe keine Ahnung, was da am besten ist. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen ausgewogen, oder? Beringer physischen Schaden. Dann irgendeine Geste. Das heisst, ich muss jetzt aber ein paar Sachen einlagern, weil... Hieb durch Bohren oder Schlag. Ich habe keine Ahnung, wie ich das erkenne, welcher Gegner was da macht. Ob ich da je nach Waffe drauf gehen kann, oder? Hm. Ich muss mal schauen, ob ich noch einen Stufenaufstieg machen kann, irgendwo. Ja, einen geht ab. Was soll ich nehmen? Entschlossenheit? Ja, ich gehe auf Entschlossenheit. Das heisst, ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Widerstände. Ich muss sagen, jetzt wird es noch langsam so ein bisschen umfangreich. Schleifstein wechseln. Ah, hier kann ich dann das machen. Das heisst, den Elektroblitz habe ich jetzt vorhin gekauft. Ah, Lager benutzen, genau. Ich werde das Zeug jetzt mal einlagern. Ich habe keine Ahnung, was ich brauchen werde und was nicht. Genau, ich haue das jetzt alles mal ins Lager. Lager, Lager, Lager. Macht das einen Unterschied, Gewicht? Nein. Das wiegt gar nichts. Es spielt keine Rolle, ob ich das einlagere oder nicht. Gut, die kann ich ja dann einfach jetzt verbraten, dann bin ich die los sozusagen. Tasche, Griff mit Feuerachs, okay. Aha, hier sind jetzt die Einzelteile. Wiegt das nur etwas, wenn man es ausgerüstet hat oder was? Ich glaube, das wiegt nur etwas, wenn man es ausgerüstet hat. Zu Stargazer teleportieren. Kapitel 4, Mondschein, Stadt. Go. Jetzt habe ich auf jeden Fall so ein bisschen alles ausprobiert, angesehen, gelesen etc. Ich hoffe nur, ich habe in die richtigen Sachen investiert. Aber das werde ich wahrscheinlich erst sehen, wenn ich es probiere. Ich bin ja gespannt, ob mich hier was Neues erwartet oder... Okay. Okay. Das wäre wahrscheinlich was für ein Angriff. Ich bin hier, verstehe ich. Da oben ist auch einer Ich wollte gerade sagen, der wird 100% wieder sein Grunddrehen Oh Scheiße, Scheiße, was mache ich denn? Scheiße, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen Geh weg weg Also man merkt schon, jedes Punktlein an Upgrades, den man da investiert merkt man Das ist wirklich spürbar Das ist wirklich spürbar Das ist wirklich spürbar